was gehabt leute willkommen zu einem neuen video gleichzeitig auch eine neue reaction heute reagieren wir auf manisa russian woman das ist die russische kandidatin für den eurovision song contest 2021 sie trat auch vorgestern beim halbfinale an und das video hat schon in zwei tagen acht minuten aufrufe also das muss schon richtig gut sein wenn euch das wieder gefällt könnten wir daumen hoch geben und diesen kanal kostenlos abonnieren aber die design fahre mir direkt an Wie kann er in so einem großen Kleid kaufen? Aber es muss hundertprozentig so Rolleräder darunter sein. Alter. Alter. Das kam jetzt ohne Witz unerwartet. Kommt hier auf einmal auch so einen großen Kleid raus. Also gefällt mir auf jeden Fall bis jetzt ganz gut. Musik. 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 Und das Video auch. Also sie ist hundertprozentig unter der Top 3 Liste bei mir. Schreibt mir gerne eure Favoriten in die Kommentare. Dann würde ich sagen, das war es mit meinem Video. Wenn euch das Video gefällt, gebt mir einen Daumen hoch. Ihr könnt mich auch kostenlos abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao.